So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Runde Fortnite. Ja, der ein oder andere hat es schon mitbekommen, es gibt Autos. Und wir werden heute mal reinschauen und eine kleine Runde Fortnite zocken. Ja Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube jeder ist froh, wenn er irgendwo im kalten Nass liegt. Was kaltes zu trinken hat oder wie ich zu Hause jetzt aktuell, gerade mit meiner Tochter, und der Ventilator läuft und wir schön eiskalte Getränke genießen dürfen. Und ich hier jetzt für euch eine Runde Fortnite aufnehmen werde und wir uns mal das Fahrverhalten der Fahrzeuge gewinnen werden. Ja, wir stehen auch kurz vor den 100 Leveln hier. Wir sind jetzt gerade bei Level 89. Und ja, nice, nice. Ja, Atlantis, falls das noch einer nicht gesehen hat, ist ja jetzt auch neu gekommen. Sieht richtig nice aus, dazu werde ich noch mal ein extra Video machen, denke ich. Und ich weiß gar nicht, wo soll ich denn hin? Ach, hier hinten wollte ich irgendwo hin. Irgendwo ein bisschen abschüssig. Boah, naja, so abschüssig wird es nicht. Da hinten kommen noch Leute dazu. Egal. Wie der Wendler immer so schön sagt. Egal. Oh, da oben ist auch schon einer. Heißt, wir müssen jetzt hier zusehen. Wirklich zusehen und ans Dach kommen. Und uns hier gleich mal ein bisschen Parade zeigen hier. Okay, perfekt. Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Oh, da oben ist ja. So, nice, perfekt. Er läuft ja ganz gut. Läuft ja richtig, Baba. Aber gut, die hatten jetzt auch nichts. Nichts, was wir, oha. Digga, was ist los hier? Das war ein bisschen Munition. Na, du willst aber doch mitgehen. Das noch mit. So, nice, perfekt. Machen wir jetzt einfach mal hier auf. Ah, okay, das wurde hier schon geplündert. Oh, wir fahren schon ein Auto. Die hört sich echt gut an hier. Da brauchen wir noch ein bisschen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen farmen und dann fahren wir jetzt auch gleich weg. Perfekt. Und hier noch ein bisschen Stein. Nice. ja wie gesagt falls ihr ein bisschen den sturm hier bei mir hört das ist der ventilator leute mit mir das nicht übel aber man hält es echt nicht aus hier so hier steht auf dem auto aber zuerst werden uns dann noch die kiste gönnen und natürlich die munition versteht sich natürlich er setzt sich hier ja nochmal ich häng dir gleich ein, ja? ich krieg den drauf noch ja, kriegst du gleich, ok? und da ist der film da hast du das film? ja, schalt mir ok, gucken wir gleich, ja? ja ja ja, was soll ich oh ja, jetzt müssen wir uns hier auch beeilen ja, muss ja hehehe da muss man sind er ist tot ach quatsch vielleicht das hat eben hast du gesehen? hab ich gesehen ja aber das muss ausschauen was jefen hier sagt ne? Wieso? ja aber du hast getrofft, schatz auch au 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 um ehm Leute wir haben einen mit dem Auto gekriegt wie krass ist das denn da ist noch ein Zone Leute weg hier wir haben auch gleich kein Sprit mehr gut dass wir einen Kanister dabei haben es sieht so lull aus ok nochmal nochmal da war ein Spielerchen gesehen wo wir aufhören wo wir aufhören oi 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 da ist ein Satz ein Satz ein Satz ein Satz ein Satz ein Satz Gucken wir mal da vielleicht nach nem neuen Auto Fett muss ich sagen also macht fun oha Bruder was was hab ich dir verpasst was ist das bitte was ist das hier was war das mit nem Auto machen ach ja halt die Schnauze krass ja geil da hinten wurde gebaut hab ich gerade gesehen hab ich gerade gesehen ja stell ich es hin Schatz Fadu mhm oha 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 är o o n h m Wir Sicherheit nicht. Oh, 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 die Zone kam. Papa? Boah, ja. Meine Güte, die müssen ja echt schnell getankt werden hier, die Autos. Mal weiter. Okay, perfekt. Papa, was ist los? Ja, dann geh doch. Ha, vorne fährt noch einer. Zehn Leute sind noch übrig. Ich habe ihn doch aus dem Leben genommen. Alter, falscher. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Okay. Okay. Da hinten ist er. Ich habe ihn doch nicht. Da hinten ist er. Ja, ich habe ihn doch. Da hinten sind. Da hinten sind. Schade, Leute. Wir hatten echt Spaß gehabt, eine Runde fahren, wenn ihr es auch so seht, lasst ein Däumchen da, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Runde und wir sind raus. Ciao, ciao.